Junge, 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 was war denn das denn für ein heftiger Credits-Abspann? Die gingen bestimmt 10 Minuten oder so. Das ging ja bei Morrigan ein bisschen schneller, du. Da hat auch, glaube ich, jeder stand da drin, der irgendwie im weitesten Sinne irgendwas damit zu tun hatte. So, wir holen uns den letzten Drachen. Magnus! Und, was ist da drin? Ich glaube, das ist Nestys Schatzkammer. Aber das Tor öffnet sich nur, wenn du alles im Drachenreich gefunden hast. Komm wieder, wenn du 100% erreicht hast. Die haben wir umgeben vom Geld. Eine Trophäe. So, kriegen wir noch eine Trophäe? Nö, gut. Ähm, falsche Taste. Äh, Fähigkeitspunkte. So. Das hatten wir schon. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir. Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Haben wir auch schon. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Die Artisanendrachen Delvin und Garvin. Ach genau, das war dieser Hipsterdrache mit dem Tunnel im Horn. Ich finde das immer noch lustig irgendwie. Er hat auch so einen komischen Bart, ey. Nestor und Thor. Ach genau, Thor war der Töpfer. Und Nestor war der Schreiner? Ein Handwerker auf jeden Fall. Trondo und Boris. Dann haben wir noch... Ah, warte mal. Das waren Friedensstifterdrachen. Dann haben wir noch die Friedensstifterdrachen. Friedensstifter. Ach, Mann, ey. Magnus und Conan. Magnus haben wir eben gerade schon mal befreit. Und Conan, der sieht irgendwie ein bisschen verpeilt aus. Dann magische Künstlerdrachen. Zander und Jarvis. Also die Flügel von Zander, ne? Die sind so geil. Und dann hat er auch noch so komischen Schmuck an. Die aussehen wie Augen. Eldrid sah der echt so aus. Hatte der mathematische Formeln auf seinen Flügeln? Ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, ich war von seinen Hörnern so abgelenkt. Dann haben wir noch Monstermacherdrachen. Äh, Zyprin und Bubba. Ja, die sehen auch sehr... Ach genau, Zekel. Das so aussieht wie eine Schildkröte. Und hat sogar... Der hat ja... Der hat... Der hat Schneckenhäuschen auf sich drauf. Das ist ja auch geil. Und, äh... Damon, oder Damon, ähm, hat so'n Wander... Wie nennt man das überhaupt? Wenn man so'n Stock hat und da so'n Tütchen dran macht und da so'n ganzes Essenszeug drin ist oder so. Das hat er an seinem Schwanz befestigt. Ist auch süß. Dann haben wir noch die Traumweberdrachen. Die fand ich persönlich am besten irgendwie. Weil die sahen auch irgendwie so süß aus. Wie auch Copano mit seinem Tee da. Und genau Revilo, der für sein... Für sein Schwänzchen eine Socke gestrickt hat. Ah, ich glaub' der ist komplett... Das sieht so aus, als ob der so'n Ganzkörperding anhat, ne? Ich glaub' schon. Ich glaub' der hat sich ganz... Einge... Einge... Nennt man das? Strickt. Eingestrickt. So. Und der hat... Das seh' ich ja jetzt erst. Der hat den... Den... Den Ball mit der Wolle hat er oben zwischen seinen Hörnern. Traumweberdrachen Unika und Mudada. Mudada sah aber nicht so aus. Das... Oder? Hab' ich da was... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war... Das waren jetzt alle Bilder aus der Kunstgalerie, die wir freigeschaltet haben. Da wir die ganzen Fähigkeitspunkte gemacht haben. Ich find' das hat sich schon gelohnt, die freizuschalten. Auf jeden Fall. Ab in die Schatzkammer. 2000 Edelsteine. Wuhu! Und da bin ich echt auf den letzten Raum gespannt. Mit den ganzen 25ern da drin. Oh, das wird so toll. Oh, oh, oh. Das ist so schnell hier mit dem Fliegen, ne? So. 25, 25, 10. Könnt ihr mal drauf achten, welcher Edelstein hier der niedrigste ist, den wir einsammeln können? Ich hab' nur 25er und 10er gehabt. Ich schätze, geh' mal davon aus, dass 5 der niedrigste sein wird, wenn er überhaupt vorkommt. Dann holen wir uns mal den ersten Schlüssel. Ne, wir machen erstmal hier die... Erstmal die beiden Truhen hier fertig. Und jetzt holen wir uns den Schlüssel. Wann ist aber schnell. Sind wir vielleicht im... Ne. Im Fliegen sind wir auf jeden Fall nicht schneller. Ne. Das haben wir noch nicht. Jetzt aber so. Da ist das erste Tor, geh' ich mal von aus. Und jetzt können wir ein bisschen höher fliegen. Nur 25er und 10er bisher. Jetzt können wir hier hinten hin. Gehen wir auch schon da oben hin? Ja. Ja, ich mach' hier erstmal... Da ist auch ein 25er drin. Da ist ein 10er drin. Ich glaub', das konnte man vorher auch nicht erkennen, welche da drin sind, ne? Ich krieg' dich. So. Wo ist das nächste? Das nächste Tor. War doch, glaub' ich, direkt da... Das da? Ne, dann war das da. Okay. Also so passt ein Schlüssel nicht ins Schloss. So, da haben wir ein Flugzeug. Den dürfen wir jetzt hinterher fliegen. Haben wir hier erstmal... Ich. Hat der... Hat er den gemacht? Ne. Jetzt aber. So, bringen wir mal ihmchen hier hinterher. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Besuch da? Da. Wo ist er denn, der Besuch da? Da. Wo ist er denn? Knapp. Knappe Kiste. Warum? Ein Moment. So, weiter geht's. Kopfhörer mal noch richtig aufsetzen hier. Jetzt muss ich den erstmal wieder hier aufholen. Ach, Spyro! Bist du doof oder was? So, zerstört! Bäm! Jetzt können wir schon hier rein. Und dann können wir den nächsten... ...den nächsten verfolgen. Das war hier immer irgendwie ein bisschen schwieriger. Also hier konnte man auch nicht so gut die Kurven schneiden, ne? Das ging doch ganz gut. Was ist das hier für eine Wand? Achso, das ist wahrscheinlich das Loch von da oben. Okay, das macht Sinn. Ist das der letzte? Ich glaube, das ist der letzte Schlüssel. Jetzt kann man nämlich, glaube ich, am höchsten fliegen. Müssen wir hier hin? Ich glaube schon. Ja, und da fängt das schon an, die ganzen 25er. Uh, Gänsehaus! Oh, wie geil ist das denn? Der Raum, der sieht ja mega geil aus. Das ist doch der Raum, glaube ich, wo er das Video... ...also wo das am Anfang... ...da gezeigt wurde. Weil hier sind diese ganzen Poster. Patience ist für Dragons. Knowledge ist die Power to turn Dragons to Crystal. Teamwork ist... ...was mit Norx, die nicht tun es sich selbst. Das ist so cool mit diesen Briefchen hier, ne? Patience... ...it's not about being the best, it's about destroying everyone else. Das haben wir schon, das haben wir auch schon, das haben wir auch schon. Mega cool. Was ist das da oben? Achso, das ist einfach nur so... Okay. Aber das sieht hier so wenig irgendwie aus. Die liegen anscheinend irgendwie aufeinander. Ist ja lustig. Oh, alles einsammeln. Geil. Haben wir jetzt alles? Ich glaube, uns fehlt noch was. Habe ich das Gefühl. Weil sonst... Da fehlt aber noch gut was, oder? Ja. Ach stimmt, da waren ja noch diese Kisten da. Auf den Dächern. Da war ja noch was. Die können wir ja jetzt holen. Ich glaube, das niedrigste, was wir hier wirklich bekommen haben... ...die sind Zehner gewesen. Geil. Sind das jetzt unsere Letzten? Ich glaube nicht, ne? Oder doch, könnt... Könnt hinkommen. Ja! Hamsterer. Wir haben 100% abgeschlossen des Spiels. Aber immer noch kein Platin. So. Und da wir jetzt alles haben... Ich fliege nochmal nach Hause. Und dann gucken wir... Oh. Moment. Noch eine... Spyro der Drache. Du hast Gnasty Gnork besiegt. Die Dracheneier gesammelt, die Drachen gerettet und sämtliche Schätze im ganzen Drachenreich geborgen. Wie fühlst du dich? Einfach fantastisch, Bob. Und ich freue mich tierisch für die Drachenwelt. Ich will nicht bis ans Ende meiner Drachentage an Gnasty Gnork und seine schrägen Schergen geraten. Schergen? Ach, vergiss es. Wie heißt es so schön? Jeder gute Kampf braucht einen guten Gegner. Und ich finde, Nasty war trotz seiner vielen Fehltritte ein würdiger Gegner. Oh oh. Da geht's wieder los. So. Das Abenteuer geht weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was es noch so für Trophäen gibt. Jetzt gucke ich erst mal, ob noch irgendwas kommt jetzt. Ah, wir fangen hier wieder an. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut, dann... 120% haben wir. Das heißt, wir haben alles. Dann... Gucken wir mal an die Trophäen. Äh, haben wir hier. Röste zehn Schafe in Steinhügel. Mach einen Looping um einen Bogen. Benutze eine Kanone, um einen spottenden Norg loszuwerden. Stürme gegen einen Geier. Röste alle Feen in Nachtflug. Stürme nacheinander durch die vier gepanzerten Droiden. Nahe dem Beginn von magische Künstler. Röste alle Feen in Kristallflug. Röste fünf Leuchtpilze bei den Monstermachern. Ah, okay. Ähm... Zürme in 15 Sekunden drei Feuerwerke an. Besiege drei Dämonenköter, während sie in großer Form sind. Schließe die Norg-Bucht ab, ohne Ratten zu schaden. Okay. Zürme sechs Zahnräder in Hafen der Dämmerung. Stimmt, da waren Zahnräder, ja. Lass Nassinok fünf Runden rennen. Okay. Ähm... Steinhügel. Dann würde ich sagen, gehen wir in Steinhügel. Dann rösten wir da mal zehn Schafe. Ich glaube, ich werde das auch als Sonderpart machen. Weil das sind ja jetzt eigentlich nur noch so Sachen, die nicht so... Also, die sind schon für Platin wichtig, aber es ist halt für Leute, die sich das Spiel angucken, weil sie das Spiel angucken wollen und nicht die Trophäen jagt, ist das ja eher uninteressant. Ich glaube, ich werde das auch ein bisschen zusammenschneiden. Dann ist das auch nicht ganz so lang für euch. Äh... Schäfchen. So, drei hätten wir schon mal. Das sind keine. Da sind wahrscheinlich oben da noch welche. So, hier sind bestimmt noch welche. Ja, da sind noch ganz viele hier. Vier Stück. Ne, fünf sogar. Ja, da sind wir einfach mal nach oben. Da oben sind bestimmt auch welche. Könnte ich mir vorstellen. Also, es fehlen ja nur noch zwei Stück. Vielleicht sind die auch am Anfang gerespawned. Da können wir ja gleich mal direkt gucken. Ne, boah, hier sind ja auch noch ganz viele. So, Schafkebap haben wir doch. Super. So, was fehlt noch? Mach einen Looping um einen Bogen. Ähm... Okay, dann gehen wir zurück. Und wir sehen uns in dem... Ups. Wir sehen uns in dem Fluglevel von, ähm... Von dem ersten... Von der ersten Welt wieder. Ich weiß nicht mehr, was es für ein Welt... Was es für ein Level war. Aber wir sehen uns da wieder. So, wir sind in den Sonnenflug und wir sollen einen... Um einen Ring oder um einen Bogen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie macht man den? So macht man den genau. Muss man dann, äh... Durchfliegen? Oder... So? Uah! Ich meine, das wäre aber ein Bogen gewesen, ne? Ich weiß das... Gibt es hier überhaupt Ringe? Ich glaube, hier gibt es gar keine Ringe. Moment. Um einen Bogen. Vielleicht habe ich den noch nicht richtig getroffen. Ist das hier ein Bogen? Oder sind die Ringe Bogen? Verstehe nicht so ganz, wie der das machen will. Also wie das... Wie das gemeint ist. Vielleicht ist mit Bogen auch Ringe gemeint. Ich weiß es nicht. Weil das funktioniert nicht. Wieso hätte ich jetzt gedacht, dass ich das machen soll? Oder soll ich... Ne, Looping hat er ja gesagt, ne? Wie hoch können wir hier überhaupt fliegen, Alter? Wo wir gerade mal hier oben sind, ich muss mir das mal hier genauer angucken. Okay, höher als so können wir nicht. Interessant. Ich glaube, so hoch konnten wir nicht im Original. Naja, ich glaube, die meinen mit Bogen, meinen die Ringe. Gut, dann sehen wir uns in einem Level wieder, in dem es Ringe gibt. Das steht zwar Bogen, aber das hat nicht funktioniert, ich werde mal in ein anderes Level gehen. Oh, ich habe gerade gesehen, wir können in die auch reinreisen direkt. Das ist natürlich sehr praktisch. Gut. So, wir sind jetzt hier in Nachtflug. Hier müssen wir auch fünf Feen rösten oder alle Feen rösten. Die zeigen nämlich mit so einem Pfeil. Ich habe keine Ahnung, wie die das wollen. Vielleicht gibt es auch irgendwo einen Bogen, der auf Stelzen steht, wo man drunter durchfliegen kann. Da ist eine. So. Ich meine, die hätten alle irgendwo außen gestanden. Also geflogen. Ah, da ist noch eine. Ich habe mir gerade mein Kopfhörer geweckt. Ge-ge-ge-ge-justiert. Mann. Also das mit den Bögen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, hier wäre noch irgendwo eine, die mittendrin irgendwo ist. Wo ist die denn? Mann, oh. So blöd, dass die, glaube ich, erst kommen, wenn man da in der Nähe ist oder so. Hm. Hm. War das wirklich hier? Nachtflug. Wir sind in Nachtflug. Ich finde die letzte Hure nicht, ey. Ich mach das mal anders. Ich werde einfach den normalen Weg fliegen. Und dann werde ich eigentlich alle Feen sehen. Sollte eigentlich so sein. Weil die weisen mir ja den Weg. Eigentlich sollten sie. Eigentlich hier irgendwo? Zwischendrinne? Ich bin auch schon die ganze Zeit am Ausschau halten. Ich hab jetzt gar keine Feen gesehen, ne? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hä? Jetzt hab ich nur eine Feen gesehen. Ich raff's nicht. Huijuiuiuiui. War aber knapp. Ich mein, hier gäbe's drei Stück. Da. Die sieht man auch echt überhaupt nicht, ne? Und die andere sollte ich dann ja... Ich hoffe mal, es gibt hier drei. Nicht, dass es hier noch vier gibt, oder so. Nicht, dass es hier noch vier gibt, oder so. Habe ich die eine jetzt schon wieder übersehen? Ne, da kommt sie. Ne, da kommt sie. Dankeschön. So, trotzdem hab ich das mit dem... Mit dem... Dingsbums da noch nicht. Mit dem Looping um einen Bogen. Moment. Vielleicht ist ja auch gar nicht der Looping gemeint. Sondern das Barrel Roll Ding da. Achso, Moment. Sowas. Boah, da muss ich mal gucken, dass ich das hinkrieg. Weiß doch noch nicht wie. Fast. Fast. Aber ist ja auch nicht drumrum. Das ist ja dann... Hm. 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 Es gibt halt entweder das, oder das andere. Keine Ahnung. Ich mach jetzt erstmal was anderes. Ähm. Genau, wir gehen, äh, zu den... Kanonen. Genau. Bis gleich. So, und hier sollen wir einen spottenden... Knork. Töten. Dann nehmen wir wahrscheinlich dann Hiddy hier. Oder wir machen das von hier. Das ist, glaube ich, einfacher. So. Ja. Ja. Schießübungen. Huch. Ja. Schießübungen. Sch-sch-sch-schieß. Schießübungen. So. Nächste Trophäe. Ähm. Stürme gegen einen Geier. Äh. Ja, das können wir auch hier irgendwo machen. Ich weiß nicht mehr, wie das Level hieß. Klippenstadt? Ich würde eigentlich dahin... Wo ist diese... Ich glaube, das war das aber. Ähm. Wo es diese Typen mit dem Metallumhang gab. Da möchte ich gerne hin. Ich glaube, das ist das aber gewesen. So. Ja, es war Klippenstadt. Und wir werden jetzt direkt gegen einen Geier stürmen. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Warum? Oder... Wie ist das denn gedacht? Mano. Stürme gegen einen Geier. Das sind Geier. Und ich bin... Gegen sie gestürmt. Ich versuche das nochmal. Komm mal her. Komm mal her. Ich kriege das nicht geschissen mit dieser Kamera, ey. Komm her. Komm her. Dann halt nicht. Dann gucke ich das nächste. Was haben wir denn noch? Ähm. Das haben wir. Stürme nacheinander durch die vier gepanzerten Ruinen. Nahe dem Beginn von... Magische... Künste. Dann reisen wir mal zu den magischen Künstlern. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch, was gemeint war. Ich war etwas verwirrt. Aber es sind die hier. Schön. Toll. Direkt verkackt, ey. Ja, das ist nicht schlimm. Du lebst ja noch. Oh, Ficken. Mann ey, das kann doch nicht so schwierig sein. So. Dankeschön. Dankeschön.